Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal. Ihre Dendera Susanna Medici Liebe Oktober 2017 Es gibt ein Energiefeld für die Liebe. Das hat mit Planet Venus nichts zu tun, obwohl Venus hat einen Einfluss schon auf diesem Energiefeld. Dieses Energiefeld ändert sich Tag zu Tag. Ich könnte natürlich das jeden Tag vermitteln, das mache ich auch manchmal. Die Liebeszauber, dieses Energiefeld, beschreibe ich auch immer wieder. Wichtig ist zum Erkennen, dass dieses Energiefeld bei jedem anderen wirkt. Für einer ist ein Vorteil und gibt Chancen und Glück. Bei der anderen ist vielleicht ein Nachteil in der Liebe Partnerschaft. Weil da sind dann auch Hindernisse da. Also es ist wichtig, sehr wichtig, sogar das persönlich zu vermitteln. Ich könnte sagen, maßgeschnitten, anfertigen bzw. berechnen. Ich könnte die günstigen Momente beschreiben im Monat Oktober. Ich nenne das mal als Blitzberatung. Und wie funktioniert ein Blitzberatung und was kostet das? Sie schreiben mir ein E-Mail. Wieder dazu schreiben, liebe Oktober 2017. Ich benötige auch die Geburtsdatum mit Uhrzeit und Geburtsort. Und ich berechne die günstigen Tage in der Liebe Partnerschaft. Auch in welchem Ort ist es ein Vorteil für eine Begegnung. Weil da liegt die Glück in die Liebe Partnerschaft. Aber bitte nur eine Frage stellen. Das Ganze kostet 10 Euro. Sie können auch Ihre Lebenssituation beschreiben. Ich nehme auch die Zeit dafür. Und ich beantworte diese E-Mails persönlich blitzschnell. Und ein guter Rat in die Liebe ist auch Gold wert. Und mit diesen Worten verabschiede ich mich blitzschnell. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici. Entschuldigung. Entschuldigung. Und das Ganze kostet 10 Euro. Ich bin. Das Ganze kostet 10 Euro. Ich bin. Aber ich bin. Ich bin. Ich bin. Ich bin. Vielen Dank.